Die nächste Station ist West Harrow. West Harrow! Harrow! Wie weit ist die? Ach Gott! Sind wir immer noch bei... Dürfen wir noch 35? Ja. 11, 20, 5, 18 11, 30 Naja, 5 Minuten haben wir Zeit. Gut. Könnten wir vielleicht zu erschaffen. Wenn sie nicht wieder zu ist. Tut uns leid, alle kommenden Stationen sind zu. Wir fahren bis zum Ende. Das wäre mal so eine geile Mission. Einmal durchrasen. Also das wäre ja richtig mal eine Belohnung für die Mühen, die wir uns bis jetzt auch schon gemacht haben. So von wegen Prellbock küssen und Arbeiter begrüßen. Ja, ich meine wir haben ja nicht mit denen geschnackt. Ja, absolut. War echt toll. Während der Fahrt mal so kurz. Ja. Nebenbei wünschte ich mir noch so ein Funkgerät um auf Kanal 9 oder 19 irgendwie zu funken bei den Walkie Talkies oder bei den LKWs. Genau. Kannst du dir mit den anderen Fahrern irgendwie den Mist erzählen. Genau. Gut da. Stop signal in 450 meters. 35 seconds. 450 meters. Gut, okay, das sollten wir gleich so klar schaffen. Passenger heating up. Wahrscheinlich sogar schon. Ach nee, der schon wieder. Hi. Warte mal. Hallo. Super. Mach weiter. 290. 7. To station. Stop signal in 200 meters. 34. 29. 200. To station. 23. Stop signal in 100 meters. Clear signal. 23. 25. Wuuu. 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 100. 24. 20. 25. To station. 16. 50. 50. 50. To station. 40. 8. 30. 10. Ich bin ein bisschen Gas rum. 5. 5. Hm. Das merkt man fast nicht. Muuuund. Wuuuund. 4. 5. 0. Mann! 5. 0. This is West Harrow. This is a Metropoliton Line. Service 2. 11. 20. 7. 50. 1. 11. 30. 20. 20. 200 Minuten. Und sowas. Können wir doch ein bisschen entspannen. Mit dem Regen beim Plätschern zuhören. Mit dem Plätscher beim Regnen zuhören. Mit dem Plätscher beim Regnen zuhören. Und den Autos werden fahren. Auf den Straßen nasen. Genau. Oh. Oh. Oh, die sieht ja schön aus. Ja, ne? Tschüss. Jetzt mal der Dienst vorbei hier. Ja, du auch. 11. 20. 8. 30. 7. Anzeige im Bahnhof. Da braucht doch nicht mal ne Abendschule. Ne. Und dann kann er auch. 20. 8. 40. 7. In jeder Zustand. Was war denn? War das Kontroll B, wo man das ans... Ach, ich hab's schon wieder vergessen. Ähm... F3. 1. 2. 160. Äh... F4. 80. 9. Ah, okay. Genau. Das ganze F, das... Ja. 11. 20. 9. 11. 20. Le ju Tsur. 0. 0. Please, stand clear of the doors. So... Hmm. Sch semanas? 11, 20, 9, 20, 6. Und dann? Die Spannung steigt. Dürfen wir oder dürfen wir nicht? Ich kann diese Sierra 5-2-3. Ready to depart. Over! 5,2-3, clear to depart, over. 0 to depart. Au War아... Noooo! 39 19 29 35 35 Passenger Heating On Man Man Ich sehe Mittagsrur Die nächsten Station ist Harrow on the Hill Harrow on the Hill Harrow on the Hill 980 8 Du, die scheppert ganz schön So neu ist die aber nicht mehr Du witzest Nee, aber Die da vielleicht Das ist doch keine U-Bahn, Mensch Das ist doch keine U-Bahn, Mensch Das ist ein Zug Ja, das ist doch auch eine U-Bahn, oder nicht? Ja, aber der Zug, der fährt ja weiter Der hat einen größeren Zug, weißt du? Ein größer Zug? Ja 590 2 Muss man Zeit auf den B-Squad zu gucken Customer Service Score ist 60 Safety Score ist 90 7 Ui Mensch Das ist ja voll gut jetzt Das ist ja voll gut jetzt Absolut Hallo Er ist rechts und links 300 zu Station 34 29 25 Das ist ja alles easy jcie 200 zu Station 100 24 Bit Boxing 20 75 zu Station 75 50 Station 19 Fünfte. 30. To station. Fourteen. Fifteen. To station. Five. Zero. Zero. Z-Z-Zero. This is Harrow-on-the-hill. This is a metropolitan line. Service to Baker Street. Fourteen. Seven. Straker Beat. Eleven. Thirty. Two. Twenty. Four. Oh, we're going to go. Ja, wenn wir mal einsteigen würden. Schnell jetzt! Zero. Na endlich. Tango Sierra, 523. Ready to depart, over. 523, clear to depart, over. Next station at... ...Nighteen. 29. 35. Oh nein, was gab es? Bed 4. 29. 23. 17. 10. 50. 15 runter gewesen. Hm. 19. In 100 m. 15. 14. 10. So, von wo kommen Sie denn? Links. Ich sag links. Ich sag rechts. Spannung steigen. Wollen nicht. Speed limit ist jetzt 10. Speed limit verändert zu 30. In 149 m. Ja, geil. Ja, gut macht ihr das. Ihr habt ja schön hier, ne? Also, Trost würde ich sagen. Speed limit change to 30. In 149 m. 100 m. Boah. Mann, hier hat mal richtig was zu gucken, ey. Für ein schönes Haus, glaub ich. Krase, Mann. Ja, macht's. Macht's gut. Der kann doch auch ein Haus sein, ja. Speed limit change to 30. In 149 m. 30. In 149 m. 30. 30. 680 m. Troll. Troll. Ja. Speed limit change to 80. In 50. 30. 30. 30. 39. 50. 40. 50. Dann kann man auch nehmen. 40. 40. Time table. Public address system. Passenger heating. APA. Ready to de-closing. Service terminates here. 100. To station. 70. 5. To station. 50. To station. 70. To station. 50. 15. To station. Zero. Oh Misty. Sag mal. Jetzt ist mir zu laut jetzt. Es geht ja irgendwo woanders. Boah, das ist richtig. Boah, da muss man ja auch schreien. Das ist Lernbelästigung. Das ist richtig. Also, ich werde es der Gewerkschaft schreiben. Ne? Ich brauche auch einen Unfall wegen euch. Ich brauche auch einen Unfall. Hey? Tango Sierra 53. Ready to depart. Over. 5, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3. Depart. Over. Over. Und 11. 30, 9, 8. Schatz. 1,000, 6, 100. And 20. 6. 28. Das ist ein Penner. 38. 20. 48. 58. 68. 77. 80. Gleich kommen wir wieder Bauarbeiten. 1,260. Wahrscheinlich. Ähm. Passenger Heating on. Haben wir jetzt eigentlich für Spätung? Ja, ein bisschen. Vielleicht holen wir es noch raus. Ah, mal gucken. Ich muss die Station halten. Die nächste Station ist Preston Road. Speed limit. 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 F**k. Pause. Stop. Speed limit. Speed limit. Speed. Dude. Control 2. Tango Sierra 523. A passenger aboard your service has raised an alarm. Please make your way as quickly as possible to your next scheduled stop where assistance is waiting. Over. Unfall. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Fortschritt. Tango Sierra 523. 523. Acknowledged. 57. Stop signal in 200 meters. 51. 6. 46. 130. 1 meters. 40. Ich gehe das Klinge gar nicht mehr mit. 34. 320. 1. 34. To Station. 39. 33. 30. 50. 50. 30. 30. 30. 5 5 10 15 4 0 11 39 51 43 28 28 18 12 4 0 Please stand clear of the doors We can go Sierra 523 Ready to depart Over 523 Clear to depart Zero to depart Next station at 14 9 58 80 19 28 The next station is Wembley Park Change here for the Jubilee Line 48 58 68 78 80 We are now very excited What is next? We are not talking about anything We are waiting for the next catastrophe Yeah Customer service score is 67 Safety score is 97 7 7 7 7 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 7 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 8 7 8 8 8 9 8 9 9 10 10 10 10 10 5 5 0 0 Oh man 5 0 Clear signal Eh? Eh 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 This is Wembley Park This is a Metropolitan Line Customer service score is 16 7 Safety score is 9 7 11 40 1 20 9 11 42 24 14 8 4 0 Please stand clear of the door Tango Sierra 523 Ready to depart Over 5 2 3 2 To depart Next station at 11 50 9 7 2 19 8 29 80 39 39 48 55 20 3 2 440 3 3 440 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 6 6 6 7 7 8 7 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 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 11 11 11 12 13 10 11 11 12 11 12 Ist ja 45, 54, 65, 540, 2, oh, ach das ist die, das ist die, ja, die eine ganz, ganz lange Das ist echt so ein Geräusch, das tut echt weh Ja, das ist das, was man auf jeden Fall aufwacht, wenn man am Steuerein gepennt ist, bei sieben Kilometern Nicht bei Borderlands, nicht Kaffee, Blut, 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 Blut. Da fällt mir tatsächlich wieder die neueste Jack Slaughter ein. Mhm. Über die könnten wir eigentlich auch nochmal in einem Fischbill-Talk sprechen. Könnten wir. Und die neue Foster eigentlich auch. Ja. Vielleicht sollten wir das alles mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja. Passagierheating off. Ähm. Nicht zu beantworten. Nee. Was ist denn das? Truck. 50 Tonnen. Oh, was kommt der jetzt wieder? 44. Paused. Speed limit. Speed, speed, speed. Control to Tango Sierra. 5, 2, 3. A passenger aboard your service has raised an alarm. Unpaused. Forgo Sierra. 5, 3, 3, 3. To depart. 5, 3, 3. 5, 3, 3. 5, 3, 3. Ajudged. Ich stülge mal die falsche Taste. 50 ey wir sagen aber klärt die Fahrt alles cool boah geil weil der da jetzt auf den Knopf gedrückt hat ist auch cool dass man das selber nicht sieht dass einem die Zentrale meldet also in jedem guten deutschen Zug kommt dann der Schaffner 3.155 3.155 ich hab mir gesagt ja ne oh oh sonst mach's nochmal so nicht schön Passender Hitting Oh change here for the Jubilee Line hey wie sie sagt das jetzt doch mal das ist ein Bruder scharf nach wenn die Dressen jetzt fahren muss was wird wieder endlich da stop signal in 3 138 12 12 12 272 m stop signal 200 m 65 stop signal in 100 m ja wohin denn ja wohin denn stop signal in 50 m clear 62 stop signal in 570 m 70 m 20 70 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 6 7 7 8 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15